Ich tue euch kund, liebe Brüder, die Gnade Gottes, die in den Gemeinden in Mazedonien gegeben ist. Denn ihre Freude war da überschwänglich, da sie durch viele Trübsal bewähret wurden, und wiewohl sie sehr arm waren, haben sie doch reichlich gegeben in aller Einfältigkeit. Denn nach allem Vermögen, das zeuge ich, und über Vermögen waren sie selbst willig, und flehten uns mit vielem Ermahnen, dass wir aufnehmen die Wohltat und Gemeinschaft der Handreichung, die da geschieht den Heiligen. Und nicht wie wir hofften, sondern ergaben sich selbst zuerst dem Herrn und danach uns durch den Willen Gottes, dass wir mussten Titum ermahnen, auf das er, wie er zuvor hatte angefangen, also auch unter euch solche Wohltat ausrichtete. Aber gleich wie ihr in allen Stücken reich seid, im Glauben und im Wort und in der Erkenntnis und in allerlei Fleiß und in eurer Liebe zu uns, also schaffet, dass ihr auch in dieser Wohltat reich seid. Nicht sage ich, dass ich etwas gebiete, sondern dieweil andere so fleißig sind, versuche ich auch eure Liebe, ob sie rechter Art sei. Denn ihr wisset die Gnade unseres Herrn Jesu Christi, dass, ob er wohl reich ist, ward er doch arm um euret Willen, auf das ihr durch seine Armut reich würdet. Und mein Wohlmeinen hierinnen gebe ich, denn solches ist euch nützlich, die ihr angefangen habt vor dem Jahr her, nicht allein das Tun, sondern auch das Wollen. Nun aber vollbringt auch das Tun, auf das, gleich wie da ist ein geneigtes Gemüt zu wollen, so sei auch da ein geneigtes Gemüt zu tun, von dem, das ihr habt. Denn so einer willig ist, so ist er angenehm, nachdem er hat, nicht nachdem er nicht hat. Nicht geschieht das der Meinung, dass die anderen Ruhe haben und ihr Trübsal, sondern dass es gleich sei. So diene euer Überfluss ihrem Mangel diese teure Zeit lang, auf das auch ihr Überfluss hernachdiener eurem Mangel, und geschehe, das gleich ist. Wie geschrieben steht, der viel sammelte, hatte nicht Überfluss, und der wenig sammelte, hatte nicht Mangel. Gott aber sei Dank, der solchen Fleiß an euch gegeben hat, in das Herz Titti. Denn er nahm zwar die Ermahnung an, aber dieweil er so sehr fleißig war, ist er von ihm selber zu euch gereiset. Wir haben aber einen Bruder mit ihm gesandt, der das Lob hat am Evangelio durch alle Gemeinen. Nicht allein aber das, sondern er ist auch verordnet von den Gemeinden zu unseren Gefährten in dieser Wohltat, welche durch uns ausgerichtet wird, dem Herrn zu ehren und zum Preis eures guten Willens. Und verhüten das, dass uns nicht jemand übel nachreden möge, solcher reichen Steuerhalben, die durch uns ausgerichtet wird, und sehen darauf, dass es redlich zugehe, nicht allein vor dem Herrn, sondern auch vor den Menschen. Auch haben wir mit ihm gesandt unseren Bruder, den wir oft gespüret haben, in vielen Stücken, dass er fleißig sei, nun aber viel fleißiger. Und wir sind großer Zuversicht zu euch, es sei Titus halben, welcher mein Geselle und Gehilfe unter euch ist, oder unserer Brüder halben, welche Apostel sind der Gemeinden, und eine Ehre Christi. Er zeiget nun die Beweisung eurer Liebe und unseres Ruhms von euch an diesen, auch öffentlich vor den Gemeinden. Denn von solcher Steuer, die den Heiligen geschieht, ist mir nicht Not, euch zu schreiben. Denn ich weiß euren guten Willen, davon ich rühme bei denen aus Mazedonien, und sage, Achaja ist vor dem Jahr bereit gewesen, und euer Exempel hat viele gereizet. Ich habe aber diese Brüder darum gesandt, dass nicht unser Ruhm von euch zunichte würde in dem Stück, und dass ihr bereit seid, gleich wie ich von euch gesagt habe. Auf das nicht, so die aus Mazedonien mit mir kämen und euch unbereitet finden, wir, wenigst sagen ihr, zu schanden würden mit solchem Rühmen. Ich habe es aber für nötig angesehen, die Brüder zu ermahnen, dass sie voranzögen zu euch, zu verfertigen diesen zuvor verheißenen Segen, dass er bereitet sei, also, dass es sei ein Segen und nicht ein Geiz. Ich meine aber das, wer da kerklich sät, der wird auch kerklich ernten, und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Ein jeglicher nach seiner Willkür, nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott aber kann machen, dass allerlei Gnade unter euch reichlich sei, dass ihr in allen Dingen volle Genüge habet und reich seid zu allerlei guten Werken. Wie geschrieben steht, er hat ausgestreut und gegeben den Armen, seine Gerechtigkeit bleibet in Ewigkeit. Der aber Samen reich dem Seemann, der wird je auch das Brot reichen zur Speise und wird vermehren euren Samen und wachsen lassen das Gewächs eurer Gerechtigkeit. Dass ihr reich seid in allen Dingen, mit aller Einfältigkeit, welche wirket durch uns Danksagung Gotte. Denn die Handreichung dieser Steuer erfüllt nicht allein den Mangel der Heiligen, sondern ist auch überschwänglich darin, dass viele Gott danken für diesen unseren treuen Dienst. Und preisen Gott über euren untertänigen Bekenntnis des Evangelii Christi und über eure einfältigen Steuer an sie und an alle. Und über ihren Gebet für euch, welche verlanget nach euch, um der überschwänglichen Gnade Gottes willen in euch. Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Ihr seid gefangen in ewiger Drangsal, Trübsal und Mühsal, denn alle Freveltaten sind eure Tugenden. Handelt nach der Apostelgeschichte Kapitel 3 Vers 19. Kehrt um und tut Buße, damit eure Sünden getilgt werden. Nur so wird die ewige Bedrängnis, Betrübnis und Beschwernis enden. Wir bereuen nichts, warum sollten wir umkehren? Wir sind nicht schuld, wofür sollten wir büßen?